Erfahrene Experten und junge, aber keineswegs unerfahrene Auszubildende. Das Personal am SWM-Stand war bunt gemischt. Ebenso bunt die Fragen, die sie zu beantworten hatten und die Themen, um die es am Messestand auf der Heim und Handwerk ging. In der Hauptsache informieren wir die Besucher über unsere Strom- und Erdgasangebote, über unsere sonstigen Serviceangebote und natürlich über das hervorragende Münchner Trinkwasser, was die Besucher hier am Stand auch gratis bekommen können. Daneben geben wir Energiespartipps und informieren über die Ausbauoffensive erneuerbarer Energien, sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich. Außerdem haben wir hier am Stand einen M-WLAN-Hotspot eingerichtet, wo die Besucher kostenlos im Internet surfen können. Noch mehr surfen und ums Telefonieren ging es bei den M-Net-Kollegen, die auch am SWM-Messestand präsent waren. Die größte Nachfrage ist sicherlich nach High-Speed-Internet mit unserem Glasfasernetz, das wir zusammen mit der SWM errichtet haben. Und die Besucher wissen immer mehr und mehr, dass sie das über die M-Net beziehen können, dass sie da die besten Angebote haben, das beste Netz haben, die höchste Geschwindigkeit. Ganz interessant ist, dass sehr stark zunimmt, dass unsere Kunden Video-Streaming-Dienste in Anspruch nehmen. Das ist Netflix, Amazon, Apple TV. Da merken wir viel mehr Bedarf als in den letzten Jahren. Und da können wir natürlich genau das Richtige liefern über High-Speed-Internet. Doch nicht nur auf der Messe sind die SWM und M-Net für die Kundinnen und Kunden da. Die Stadtwerke München sind als einziger Energieversorger in München persönlich das ganze Jahr hindurch präsent. Im Kundencenter in der SWM-Zentrale, wo auch die Energieberatung in Anspruch genommen werden kann, und im SWM-Shop am Marienplatz. Der SWM-Shop am Marienplatz ist unsere Anlaufstelle für unsere Kunden im Herzen der Stadt. Hier gibt es alle Service- und Beratungsangebote zu unseren Angeboten, zu unseren Leistungen. Es ist letztendlich eine Ergänzung unserer anderen Anlaufstellen. Und egal, ob sie in den Shop gehen, ob sie in unser Kundencenter, in der SWM-Zentrale gehen oder an unserer kostenfreien Kundenservice-Hotline anrufen. Sie finden überall kompetente Ansprechpartner, die sie zu allen Angeboten und Produkten der SWM kompetent informieren. M-Net ist der lokale Telekommunikationsanbieter. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir in der Region präsent sind für unsere Kunden. Und wir haben mit der SWM und der MVG zusammen eine neue Präsenz im Marienplatz-Untergeschoss errichtet. Deswegen sind wir ein leichter Anlauf für unsere Kunden, wenn sie Probleme haben, wenn sie Fragen haben, wenn sie Beratung haben wollen. Uns ist wichtig, wir sind vor Ort für die Kunden da. Und deswegen ist es ein weiterer Punkt, wo sie sich informieren können. Die Menschen in München und die Region können darauf vertrauen. Ihre starken Partner SWM und M-Net sind immer für sie da und immer persönlich für sie erreichbar.